Es ist traurige Gewissheit. Der amerikanische Rapper XXXTentacion ist tot. Der gerade einmal 20-Jährige wurde auf offener Straße in Florida in seinem Auto erschossen. Die Polizei erklärt via Twitter, der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Just C. Dwayne Onfroy heißt, habe am Nachmittag das Geschäft eines Motorradhändlers verlassen, als er von zwei Unbekannten angegriffen und beschossen wurde. Der Rapper wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt. Möglicherweise handelte es sich um einen Raubüberfall. Die Rap-Szene trauert Weltstar Suikanya West und J. Cole brachten bereits ihre Trauer via Twitter zum Ausdruck. Ruhe in Frieden. Ich habe dir nie gesagt, wie sehr du mich inspiriert hast, als du hier warst. Danke, dass es dich gab, schreibt West. J. Cole gedenkt XXXTentacion. Das macht mich fertig. Ruhe in Frieden, Ex. Enormes Talent und grenzenloses Potenzial und ein starkes Verlangen, ein besserer Mensch zu sein. Gott segne seine Familie, Freunde und Fans. XXXTentacion galt als junges Ausnahmetalent der Rap-Szene. Im vergangenen Sommer veröffentlichte er sein erstes Album Seventeen. Sein aktuelles Album Question Mark erreichte Platz 1 der Billboard-Charts.